Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Bundesverwaltungsamt veröffentlicht Registerlandkarte mit Hilfe des Statistischen Bundesamts. Bundesverwaltungsamt präsentiert erstmals eine Karte des Registerlandes. Das Bundesverwaltungsamt BVA hat für die breite Öffentlichkeit eine Landkarte veröffentlicht, die das Registerland darstellt. Dies ist das erste Mal, dass diese Art von visuellem Hilfsmittel für die Allgemeinheit bereitgestellt wird. Die vom Bundesverwaltungsamt erstellte Karte dient dem Zweck, die Verteilung und Struktur des Registerlandes in Deutschland zu veranschaulichen. Es bietet den Verantwortlichen, Bürgern und Interessenten die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Raumstruktur Deutschlands zu verschaffen. Der Präsident des Bundesverwaltungsamtes Thomas Witzlaff begrüßte die Veröffentlichung und erklärte, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit diese Art von Informationen hat. Es ist unerlässlich, dass sowohl Behörden als auch Bürger genau wissen, wo sich das Registerland befindet, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, sagte Witzlaff. Die Landkarte gibt einen detaillierten Überblick über das Registerland. Eine genaue Darstellung der verschiedenen Einheiten und Bereiche des Registerlandes. Es beinhaltet auch alle Informationen, die zur Charakterisierung dieser Bereiche nötig sind, einschließlich ihrer jeweiligen Größe und Lage. Die Registerlandkarte ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Transparenz und Verständlichkeit des Registerlands, sagte Witzlaff. Wir hoffen, dass sie verwendet wird, um bessere Einsichten und Entscheidungen in Bezug auf die Nutzung und Entwicklung des Registerlandes zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsamt plant, die Karte regelmäßig zu aktualisieren, um Veränderungen im Registerland wiederzuspiegeln. Dies bedeutet, dass die Karte ein lebendiges Dokument ist, das mit der Zeit wachsen und sich verändern wird. Quellenangaben Pressemitteilung des Bundesverwaltungsamtes vom 28. April 2024. Autor und Datum Anita Farke, Dienstag 30. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.